Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time Hero Challenge. Im letzten Part waren wir weiterhin hier im Grund des Brunnens unterwegs oder auf dem Grund des Brunnens. Kam aber nicht sonderlich weiter, weil wir unseren einen Schlüssel verschwendet haben und jetzt erstmal einen weiteren suchen müssen. Aber ich weiß, wo wir jetzt einen weiteren finden. Ich hab nämlich Oski mal nachgeschaut. Lauf jetzt mal an diesem komischen Team vorbei. Genau, denn wir haben ganz zu Anfang einfach diese Stelle hier vergessen. Oder ich besser gesagt, weil hier kann man ja auch noch lang. Wie kann ich das vergessen, dass es hier noch einen weiteren Gang gibt? Nämlich hier. Oh Gott, dieses Geräusch in der Hintergrund. Naja, übrigens absolute Premiere heute. Ich nehme heute zum ersten Mal mit dem Ventilator im Hintergrund auf. Das heißt, er ist auch währenddessen an. Das heißt, ich kann es sogar mal auch tagsüber aufnehmen, während es nicht so brandheiß ist und ich mich sogar mal konzentrieren kann hier bei der Aufnahme. Das finde ich super und das war auch brandnötig quasi, brandnötig. Wisst ihr, wegen heiß und so, ne? Ja, jedenfalls jetzt ist etwas eingedämmt und jetzt sind wir auch schon hier. Und ja, das sieht auf den ersten Blick sehr gruselig aus. Auf den zweiten Blick auch, denn jetzt kommt es zu einem Minibosskampf. Und um den zu aktivieren, müssten wir in eine dieser Hände reinlaufen. Tja. Oh mein Gott! Hilfe! Schnell weg hier, aus der Hand raus. Dieses riesen, däckige Ekelfine. Komm schon. So. Sehr schön, das Ding wird erstmal erledigt. So. Mein Freund, was bist du überhaupt? Der große Hirnsauger. Achte auf alle seine Hände. Triffst deinen Kopf, um ihn zu besiegen. Okay. Bin bereit. Komm her zu mir. Du kannst mich angreifen. Wow. So, mein Freund. Kaputti. Sag ich, kaputti. So, jetzt wird er wieder abhauen. Das ist... Oh. Hätte ich mir merken müssen, dass es eigentlich Schaden macht. Lauf hier in eine Hand rein. Oh, scheiße. Jetzt ist er hinter mir, ne? Okay. Da ist er gerade direkt hinter mir gewesen, aber so geht es ja noch. Ich muss ein paar Knöpfe drücken hier und dann komme ich irgendwann wieder raus. Hallo, mein Freund. Ich bin's. Wie ihr mich dann anguckt. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen. Als kleines Kind wird euch so ein Hirnsauger. So heißt der ja auch wirklich. So wirklich... Oh. Ich habe zu spät das Schild gedrückt. Ich vergesse das immer. Wenn euch das auch wirklich so ins Gesicht guckt, dann. Das ist total gruselig. Ich sehe nichts. So. Ihr werdet es euch nochmal sehen, wenn ich mich hier befreie. Ich meine, jetzt dann können wir hier angreifen. So. Guck mal. Wenn es da zu euch guckt. So, hallo? Ist da was? Okay, jetzt haue ich ja wirklich ab, ne? Tja, man muss echt aufpassen, weil der kann dann auch wirklich nur angreifen, wenn man auch hier in der Hand noch drin steckt. Das heißt, man muss sich dann auch wirklich von den Händen fernhalten, wenn er draußen ist. Das ist ganz wichtig. Ich sehe nichts. Nein! Jetzt ist es genau das, was ich meinte. Aha, komme ich hier raus noch schnell? Komme ich hier schon raus? Nein. Aber egal. Denn ein Schlag hat noch gereicht, Gott sei Dank. Oh shit. Dieses Geräusch gerade, hat er es gehört, als er K.O. ging. Ekelviech. Stirb. So. Bevor ich das da einsammle, brauche ich erstmal dringend ein Herz oder zwei. Gibt es da noch welche? Gibt es die Kukerner? Schön. Ah, danke schön. Und noch ein zweites direkt. Okay. Sehr schön. Dann brauchen wir nicht dieses blöge Piepie endlich hören. So. Jetzt holen wir uns erstmal hier noch ein Item raus. Das ist aber nicht das Auge der Wahrheit. Erstmal noch was anderes. Und zwar der Kompass. Yay. Aber hinter dem waren wir gar nicht her. Wir brauchen hier immer noch einen Schlüssel, nicht wahr? Schön, dass wir schnell das Nachricht hier. Bestimmt die Zonen holen. Ich brauche aber nur die eine Bombe hier. Um hier mal ganz kurz was freizuschalten. So. Und da ist nämlich ein Schlüssel versteckt. Und genau den wollten wir haben. Wow. Ein Rubinenschlüssel quasi. Sehr schön. Auch nice. Gut. Das wäre geklärt hier. Ansonsten ist ja alles sauber. Und den Schlüssel nutzen wir jetzt auch aber erstmal aus. Und nutzen das, um die letzte verbleibende Tür zu öffnen. Aber erstmal zurück in den Hauptraum. So. Und dann kommen wir auch eigentlich mal dazu, dieses Auge der Wahrheit zu finden. Ich habe auch herausgefunden, dass es... Dieses Geräusch, Leute. Von diesem blöden Kipdos. Ich habe auch herausgefunden, dass man im normalen Modus... Also ich weiß ja, ich habe das ja schon mal gespielt im normalen Modus. Ist, dass man hier... Ähm... Masterquest-Modus... Tatsächlich diesen... Äh... Nee, Moment. Hier sind wir falsch. Ich gehe nochmal zurück. Stimmt. Das war hier auf der anderen Seite des Raums. Moment. Moment. Ich weiß wieder, wo ich hin muss. So. Genau. Erstmal wieder da hinten hin. Oder? Bin ich jetzt ganz falsch? Nee, hier war ja gar nichts, ne? Ich muss ja durch irgendeine Tür durch, wie ihr ja alle wisst, ne? Aber hier war ja nichts. Nee, okay. Vergessen, was ich gesagt habe. Moment. Habe ich da noch alle Feen? Nee, eine fehlt mir. Aber ich habe, glaube ich, die hier gekriegt, ne? Die habe ich mir, glaube ich, gehört. Nee, das war die nicht. Okay. Umso besser, wenn ich nochmal hier bin. Dann hole ich mir die einmal schnell. So. Zwei Feen wieder im Sack. Sehr schön. So will ich das sehen hier. Moment. Oh, ich tausche nochmal aus hier. Sinnvollerweise. So. Alles klar. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe vergessen, wo die Tür war. Zu viele Ecken hier. Aber war das wirklich hier? Oder war ich hier falsch? Moment. Ich meine, ich halte jetzt hier meine Lemberinkarte. Ah, hier war ich doch richtig. Ja, habe ich doch von Anfang an gesagt, ne? War ja so richtig. So. Das war hier der Raum mit der Teufelshand, wo ja die eine verschlossene Tür noch war. Die wir ja noch nicht öffnen konnten. So, ich werde jetzt erstmal hier gekonnt vorbeilaufen. Bevor der mich entdeckt hier. Genau. Erstmal in die falsche Richtung. Und dann sind wir schon hier. Ganz gekonnt. Äh, einmal ausgelassen. Kann ich auch noch so besiegen? Ja, kann ich auch. Speichere Munition. So. Alles klar. Was ich aber eigentlich haben wollte, ist hier eine Bombe hinlegen. So, schnell hier weg, bitte. So, und schon ist hier ein Schalter aktiv. Bitte schön. Und die Tür hinter der Truhe. Im Hauptraum ist damit jetzt auch endlich geöffnet. Die Tür, das Gitter halt. So, wie auch immer. So. Schnell weg. Sieht mich nicht. Ja, okay. Gott sei Dank. So kann man es schnell hier hinter sich bringen. So, jetzt haben wir auch den richtigen Weg geöffnet. Sodass wir auch mal einen weiteren Schalter gleich aktivieren können, um endlich die Truhe mit dem Auge der Wahrheit heraus zu holen. So. Komm, ich finde hier muss auch rein. Ja, komm ich. So, das Loch hier hat sich jetzt geöffnet. Da war ja vorhin ein Gitter da drin. Und ich fall mal kurz runter. So. Jetzt sind wir nämlich an dieser Stelle hier. Ihr könnt euch erinnern. Oh Gott. Das taucht hier auch auf. Stimmt, macht ja eigentlich auch Sinn. Okay, es ist eher unten. Was ich eigentlich aktivieren will, ist das hier. Und schon aktivieren wir eine Truhe direkt bei diesen Giptos. Und genau die wollte ich haben. So, aber erstmal müssen wir uns diese komische Kreatur da kümmern, glaube ich, oder? Die ist ja wahrscheinlich noch da. Ne, die kommt wieder. Okay, so geht es natürlich auch. So, aber jetzt muss ich erst mit diesen Fackeln hier folgen. Direkt. Ähm. What the fuck? Ich wollte nur ausweichen. Moment kurz. Oh. Geil, ich habe die gerade nicht gesehen. Wieso kann die hier auch auftauchen? Erklär mir jetzt mal einer. So, blödes Viech. Kann sich einfach von der Decke plumpsen, wo es da irgendwas ist. Okay, da passiert nichts weiteres. Okay. Oh Gott, da habe ich mich erschrocken, als sie plötzlich wieder auftaucht. Ich dachte, was kommt denn jetzt? So, Leute. Wir folgen den Fackeln und sehen, da sind die Zombies vom letzten Mal. Ähm. Okay, die folgen mir nicht, die Felsen. So, ich muss jetzt daran vorbei. Man kann sich tatsächlich daran vorbeischleichen. Das habe ich gesehen. Wenn man so läuft wie ich jetzt gerade, dann bemerken die einem nicht. Aber wir machen es ja ganz clever. Wir haben eben das Lied der Sonne noch bei uns. Moment. Moment. Wenn die ganz kurz paralysieren, damit wir ohne großenartigen Kampf zur Truhe kommen können. So. Alle paralysiert. So. Und ab zur Truhe. Und was haben wir Schönes drin? Genau das, was wir schon die ganze Zeit gesucht haben. Es ist das Auge der Wahrheit. Du wirst viele Geheimnisse lüften. Setzt du es ein, kostet es magische Energie. Oder um es wieder zu deturrieren. Okay. Hm, was könnte das sein? Sieht aus wie eine Linse. Ob man damit besser sehen kann? Wie dem auch sei. Dieser Ort ist feucht und unheimlich. Lass uns hier verschwinden. Da hat sie recht. Schnell, bevor die Paralyse sich auflöst. Schnell hier weg. So, sind wir jetzt auch fertig. Und... Oh. Geil, was ich für eine Kurve genommen habe. Ich bin so gut. So, jetzt können natürlich auch die ganzen Wege gehen, wo unsichtbare Gegner waren. Und die können wir jetzt wiederum sehen, natürlich. So, Moment. Das Auge der Wahrheit. Da ist es auch schon. Genau. Mal gestehen sie die... Verborgene Wunden auf dem Bad. Setzen sie sich ein, um Illusionen zu erkennen. Aber so vor Ort. Ich setze es mal auf X, Leute. Das werden wir jetzt als Dauer-Item nutzen. Und ihr seht schon. Aha. Die waren vorher nicht da. Okay, je länger wir sie aber nutzen, wir müssen ja aufpassen, umso mehr Energie verbrauchen wir natürlich. Auch ganz, ganz wichtig. So, du gehst jetzt kaputt. Und der ist auch noch ein Scooter da übrigens. Die hole ich mir mal schnell. Weil ich es kann. So, du kommst mal runter da. Und wir brauchen eine weitere magische Kraft. Ihr könnt unten rechts da, wie gesagt, in der grünen Leiste mal schauen. Da sieht man es ja ganz gut eigentlich. So. Nächster. Hallo. Na? Ne, du kannst hier schon bleiben. Ist mir bewusst. Oh, das war nicht so schlau. Da habe ich nicht gegen den richtigen Abstand gehabt. So. Auge der Wald brauchen wir nicht mehr. Ich brauche nur die Scootilla. Buh, buh, buh. Sehr schön. Dann sind wir ja eigentlich fertig. Ich kann mich eigentlich auch raus teleportieren, ne? Ich glaube, das mache ich auch am liebsten. Denn Auge der Wald haben wir. Mehr brauchen wir nicht. So, Moment. Achtung. So. Schönes Liedchen gespielt. Und es geht wieder düster, voll, wie auch immer. Zurück zum Friedhof. Juhu. Aus dem Brunnen heraus. In dieser Ort hier war wirklich sehr, sehr ekelhaft. Und unheimlich. Allein der Boss ging da eben. Ja, der hat mir damals auch so ein bisschen Angst eingegangen. Muss ich mal ehrlich sagen. So. Wir sind wieder da. Moment, ich habe das falsche Lied gespielt. Ich brauche hier gar nicht hin. Ich bin ja noch klein. So macht das ja gar keinen Sinn. Ich muss da erstmal wieder zurück in die Zukunft. Denn das Schöne ist natürlich, auch in der Zukunft werden wir jetzt das Auge der Wahrheit weiterhin nutzen können. Logischerweise. Wenn wir es aus der Vergangenheit mitnehmen. Und damit können wir jetzt auch als Erwachsenen-Link diesen Dungeon betreten und weitermachen. Denn du als Erwachsenen-Gebis dann auch. Damit sind wir auch offiziell bereit. La, 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 la. Haben wir wieder vorbei. Und dann geht es in den Schattentemper wieder zurück, Leute. Ich freue mich. Auch der Ort ist etwas gruselig und voller Mysterien. Aber das kriegen wir trotzdem irgendwie gelöst. Mit dem Auge der Wahrheit werden wir da irgendwie durchkommen. Man muss nur an einigen Stellen denken, oh, hier kann ich gar nicht weiter. Dann machen wir nur das Auge der Wahrheit einmal einsetzen. Aber das Auge selbst wird auch an einigen anderen Stellen jetzt in Zukunft sehr, sehr viel praktischer sich erweisen können, als man denkt. So, wir sind wieder da, als blauer Link. Ich meine, die Farbe gefällt mir ja, aber ich möchte eigentlich lieber was anderes tragen. Weil Rot ist trotzdem meine Lieblingsfarbe. Deswegen bleibe ich jetzt auch dabei. Ich meine, im Schattentemper selbst brauchen wir jetzt keine spezielle Rüstung. Also ist es ja auch egal. So, Moment. So. Einmal wieder zurück zum Friedhof jetzt als Erwachsener. Und dann können wir jetzt endlich wieder durchgehen. Ach ja. Auge of Time hat schon echt schöne Lieder, muss man echt mal sagen. So. Wir sind back in Business. Und in Kleidung und in Zukunft und so. Oh, falsch rum. Da muss ich ja rein. So. Plopp, alles brennt. Auch schön. So, und hier war sie jetzt lang gesprungen. Und Moment, ich muss erst mal das hier sortieren hier. So. Moment. Ich stelle jetzt hier mal ein bisschen um. Die Fäden sind wieder da, wo sie hin sollten. Genau. Müsse auch. Bomben, jetzt habe ich ja die Eisenstiefel. Eigentlich brauche ich die weniger. So, weil ich die Fälle eher weniger brauche. Nimm ich lieber das Auge der Wahrheit nach vorne auf X. Und dann können wir hier auch durchgehen durch den Dungeon. Denn den Fanghacken brauche ich trotzdem noch. Hier. Im Schattentempel. So. Ach ja. So. Flopp. Und schon sind wir hier. Ähm, ja. Das hatten wir schon gehabt. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und hier gibt es wieder Kisten. Interessant. Okay, man sieht schon, dass einige Türen nicht echt sind. Und das hier zum Beispiel braucht man nur mit einer Bombe irgendwie anscheinend. Moment. Einmal öffnen. Dann sollte man hier durchkommen. So wie es aussah. Oder nicht? Moment. Doch, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen. Aber da braucht man einen Schlüssel für. Deswegen werden wir da nicht so schnell weiterkommen. Und oh. Hier fiel den ja hauptsächlich Schädel. Aber der hier scheint echt zu sein. Alle möglichen Schädel sind unecht. Nur der hier ist anscheinend echt. Gut. Dann würde ich sagen. Moment. Dreh meinen Schnabel zum Schädel der Wahrheit. Okay, auf jeden Fall stürzt du in die unendliche Dunkelheit. Okay. Das heißt, der Schnapp von diesem Viech muss zu diesem hier hin zeigen, so wie es aussieht. Weil das ist der einzige, der richtig ist. Und dann kommen wir hier auch irgendwie weiter. Gut. Dann dreh ich dich mal. Da wir jetzt wissen, welcher Schädel das ist. Ansonsten würden wir hier abstürzen, möchte ich mal erwähnen. So, ich gehe weiter. Und dann sollten wir auch den richtigen Schädel zeigen. Und das ist ja auch der hier. So. Fertig. Na? Ja, zufrieden. Wunderbar. Hat funktioniert. Und damit ist die Tür auch offen. So, aber da können wir so nicht rüber, ne? Das ist ein etwas größerer Abgrund. Wir müssen wohl einen anderen Weg einschlagen. Oh. Jetzt brennt hier alles. Oh, na gut. Der brennt halt. Der Rest tut nur so. So. Ja, was mache ich denn jetzt? Weil die kann ich ja jetzt quasi durch. Oder auch irgendwie nicht. Weil hier brauche ich einen Schlüssel. Ja, na weh. Ich habe keinen Schlüssel. Das weiß ich. So. Ja, was machen wir da jetzt am besten? Ich habe keine Ahnung. Moment. Weil ich weiß, dass man hier ein anderes Item braucht. Ich habe vergessen, wo man es findet. Moment. Wie geht das hier in der Stellung noch? Ich weiß nicht, wie gesagt, dass das Masterclassmo anders ist. Beim Geistertempel war es hier. Beim Schattentempel war es jetzt ja da. Ne, nicht beim Schattentempel. Da bin ich jetzt gerade drin. Beim Grund des Bruns. Da war es ja jetzt der Fall. Moment. Vielleicht ist hier irgendwo eine Schlüssel drin oder so. Moment. Bomben. Sehr gut. Magie auch noch besser. Noch ein Herz. Und Pfeile. Aber leider nichts anderes. Wenn ich dich jetzt noch weiter drehe, was passiert dann? Moment. Ne. Ist festgesetzt. Okay. Äh, ja. Normalerweise war hier eigentlich eine Tür. Kann das sein? Mache ich mich daran zu erinnern. Uh, da bin ich blind. Ja, und hier kommen wir auch nicht so einfach rüber. Denn wir brauchen dafür ein spezielles Item, was wir, wie gesagt, noch nicht besitzen. Also, wie kommen wir da rüber? Ah, Moment. Ich sehe schon, Leute. Okay. Die Facken habe ich zuerst gar nicht gesehen. Vergesst, was ich gesagt habe. Leute, wir können natürlich hier weiter. Und Moment. Ne, so nicht. Nicht solche Pfeile. Ich brauche die Feuerpfeile natürlich. Die haben wir jetzt ja herausbekommen. Oder freigeschaltet. Uh, voller Feuer, Leute. Wow. Moment. Ja, ich mache nochmal jetzt. Und es brennt. So. Oh, sehr schön. Damit sollten wir jetzt eigentlich rüberkommen. Jawohl, passt. Damit geht's. Okay. Moment, ich muss nur kurz das Item wieder wechseln. So, damit ich wieder... Wer nicht sehen kann, sollte noch irgendwas da unten sein. Okay, das ist aber nichts anderes. Oder? Ne, ich sehe nichts. Okay, alles klar. Aber da ist nur dieser eine Monsterviech. Gut. Was ist jetzt überhaupt die richtige Tür? Aha. Und sieh und staune. Alles klar. Das dazu. Wo lande ich denn hier? Oh. Ach so. Natürlich. Moment. Warte, haben wir gleich. Immer wieder diese Viecher. Ich liebe sie ja. Ähm. Das ist das richtige Lied auch. Dieses Lied ist so schön. So, Manners. Ich stelle mich mal ganz kurz richtig hin. So. Jawohl. Ne. Das ist richtig ekelhaft, wie man so kleine Monsterchen hier total ärgert. Schlimm, schlimm sowas. Aber so geht es am einfachsten. Einfach erst mal paralysieren und dann von hinten draufschlagen. Und dann kriegen wir so noch eine Belohnung dafür. Wunderbar. So. Das wäre erledigt. Hier kommt auch nichts mehr bei raus, ne? Doch, Magie kommt bei raus. Okay, das ist sogar recht wichtig, wenn ich jetzt umso mehr Magie verbrauche. Durch mein Auge der Wahrheit. Aber wir kriegen jetzt Belohnung. Er ist mein Schlüssel. Sehr schön. Den brauche ich ja ganz dringend. Wollen wir jetzt erstmal zurückkehren oder muss ich hier noch was machen, ist die Frage. Okay, man sieht schon, da muss ich auch nochmal lang. Alles klar. Ah, jetzt habe ich ihn in diesem Raum hier. Okay, jetzt bin ich eh gefangen. Hui, ui, ui. Ja, das ist der Schattentempel, Leute. Das kann ganz schön gefährlich werden. In dem Umkreis muss ich aufpassen, dass ich da nicht erwischt werde. Okay, jetzt kann ich eh nicht zurück. Ja, ihr seht schon, die Sichel, die könnten wehtun. Okay. Ich muss mich nur beeilen. So, in dem Bereich kann ich auch diese Rubin hier mitnehmen. Weil dann bin ich ja schnell genug. So, vorsichtig. Oh, das hätte ich ja anders mal lösen sollen vielleicht. So. Geh kaputt. So bin ich hier eh stärker. Und mache auch mehr Schaden. Und kriege sogar ein Herz dazu. Das ist doch klasse. Das kann ich gut gebrauchen. So, mein Freund. Hallo. Bam. Kaputti. Was bist du? Aha. Das ist auch wieder Wahrheit, Leute. Lüftet mal wieder. Da ist ein Loch. So, Moment. Ich kann mich da hinten hinziehen lassen, ne? Ja, so geht es eh einfacher. Flop. So, außer hat der Range hier. Kann ich mir den jetzt hier holen? So. Das wäre erledigt. Vorsicht, vorsichtig. Oh, das wird ja witzig. Wie soll ich den denn schlagen, bitte? Okay. Muss mal gucken. Kann ich den so irgendwie paralysieren? Ja. Oh, wunderbar. Das reicht hier sogar aus. Alles da. Das ist eigentlich ja hoch. So, wunderbar. Und auch den habe ich mir geholt. Und damit ist auch der letzte eingesackt. Und der Raum ist frei. So, jetzt muss ich erst mal rüberkommen. Moment. So, muss ich noch beeilen. Moment, ich mache das anders. Ich laufe noch mal eine Runde rum. Weil ich dann wieder ein bisschen mehr Zeit habe dafür. So. Sollte jetzt passen. Ja, das war knapp, aber hat gepasst. Verarscht. Das ist total einfach mit dem Ding, ne? Schlimm, schlimm. Und damit ist auch die Tür offen. Wunderbar. Unpfeil für mich. Ihr müsst wissen, an diesen Dungeon kann ich mich schon wieder auf einiges besser erinnern. Also, Grund des Bunds ging ja noch. Aber ab hier weiß ich ungefähr wieder Bescheid, was ich machen muss. Und hier ist damit auch die Labyrinthkarte. Sehr schön. Weil wir sind nämlich schon... So langsam geht es zum Ende des Spiels, möchte ich mal erwähnen. So mal nebenbei. Denn es fehlen jetzt noch zwei Amulette. Die ist hier im Schattentempel. Und noch ein weiteres. Dazu werden wir später noch kommen. Und danach geht es ja auch schon in den finalen Kampf gegen Gennendorf. Und danach ist ja auch schon das Projekt vorbei. So schnell kann es gehen. Und ich bin hier falsch. Moment. Und deswegen bereitet euch darauf vor, dass wir bald schon fertig sein könnten. Also es wird nicht mehr lange dauern. Und vor allem, wenn ich jetzt umso schneller weiß, wie ich hier lang muss, dass die Dungeons noch mal in die Gestelle gehen. So, du bist noch da. Sehr schön. Dann kann ich zurück. So, und jetzt erstmal den richtigen Weg hier nehmen. Einmal hier durch. So, und durch die Tür. Doch, die Frage ist, wo sind wir dann? So, aha. Moment. Ich wollte gerade sagen, sieht mir auch sehr suspekt aus hier. Eine Wand. Na gut, aber was soll's. Ich will erst mal sagen, das war's heute. Im nächsten Part geht's dann weiter hier im Schattentempel. Und ich bin gespannt, wie schnell wir hier weiterkommen. Und wer überhaupt der letzte Weise ist. Wir wissen ja, Impas noch eine Weise. Ob die hier zu finden ist, wissen wir nicht. Wer weiß. Wir werden sehen. Im nächsten Part vielleicht schon. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.